Das Ziel ist doch ganz klar, der dritte Heimsieg in Folge soll her. Der kleine Haken an der Sache, die TSG empfängt am siebten Spieltag nicht irgendeinen Gegner. Schalke 04 wird zu Gast sein. Für Trainer Markus Gisdol eine Partie gegen den ehemaligen Arbeitgeber und die königsblaue Jugendliebe. Es ist natürlich ein besonderes Spiel für mich, ganz klar, aufgrund von dem, dass ich da auch knapp zwei Jahre gearbeitet habe und eigentlich eine super erfolgreiche Zeit wir dort auch hatten, die mir viel gegeben hat, kann ich nicht verleugnen, dass es eine besondere Partie für uns ist und dass Schalke natürlich auch insgesamt für mich immer ein besonderer Verein war. Als Kind ist man ja unglaublich überschwänglich und hat auch hoffentlich jeder so seine ein, zwei Klubs, für die er mehr Sympathien hat. Bei mir war das tatsächlich auch Schalke, ganz klar. Wie das damals dazu kam, weiß ich nicht, aber ich habe halt dann immer mich mehr an Schalke erfreut und mehr zu Schalke gehalten als wie zu anderen Klubs. Aber ich glaube, das hat jeder in seiner Kindheit. Als Trainer relativiert sich das natürlich dann immer alles. Damals, klar, hat man auf dem Sportplatz immer mal wieder versucht, den Fallrückzieher von Klaus Fischer nachzumachen. Ja, das ist meistens nicht gelungen, aber solche Dinge sind halt in Erinnerung. Aber Schalke war einfach so vom Klub her mehr so das Ganze. Also wenn du einfach von Schalke gesprochen hast, war das einfach so etwas Besonderes, dieses Flair, dieses Drumherum. Aber ich muss auch klar sagen, ich liebe meinen Job hier und ich freue mich, hier jeden Tag arbeiten zu dürfen. Und von daher ruhen die Sympathien auf jeden Fall mal in den beiden Spielen gegen Schalke. Das ist jetzt so ein Spagat, den wir auch erzielen müssen, indem wir natürlich an den Boris auch denken in den Partien oder in der Partie jetzt speziell, die am Wochenende ansteht, weil es einfach dann auch der Jahrestag ist. Auf der anderen Seite versuchen wir auch die Erinnerungen in eine absolut positive Energie umzuwandeln, dass wir da einfach auch den Schritt mehr machen. Auch in Erinnerung dann an den Spieler Boris, wie er hier mitgefeitet hat, dass wir einfach da versuchen, die Dinge in eine positive Energie umzulenken. Weil ich glaube, eines würde sich Boris ganz sicher wünschen, dass wir gegen Schalke gewinnen an dem Tag. Und da wollen wir dann alles dafür tun. Es ist noch wenig so, dass ich sagen kann, wir können zu 80, 90 Prozent davon ausgehen, dass der Gegner so oder so auftritt. Von daher wird es ein Stück weit überraschend für uns bleiben und wir uns dann in den ersten Spielminuten auch einem Gegner auch ein Stück weit orientieren müssen, was dann da tatsächlich Schalke bringen möchte. Aber ich sage auch ganz klar, dieses Spiel ist ein Spiel für uns, wo wir unser Gesicht zeigen wollen. Wir wollen ganz klar zeigen, was wir vorhaben, was wir wollen. Schalke 04 hat bislang noch nie bei der TSG gewinnen können. Vielleicht ein gutes Vorzeichen. Wenn es dabei bleiben würde, hätte Markus Gisdol sicher kein Problem damit. Jugendliebe hin oder her.